Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das war bodenlos. Um ehrlich zu sein, ich war unglaublich nervös heute vom Match, das erste Mal wieder vom Publikum in Deutschland zu spielen, seit drei Jahren. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Es tut mir leid für die Zuschauer, es tut mir leid für das Turnier, dass ich so gespielt habe. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, obwohl man das, glaube ich, nicht auf dem Platz gesehen hat. Aber das war vielleicht das schlechteste Match, das ich gespielt habe in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, die ich auf der Tour bin. Er hat das Match gewonnen. Um ehrlich zu sein, ich glaube, heute aus dem Hauptfeld hätte ich gegen jeden Einzelnen verloren. Also er ist ein guter Spieler, er ist jung, er wird auch sehr gutes Tennis spielen. Aber manchmal muss man auch ehrlich sein und das war einfach bodenlos von mir.